Eine Zeit, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Um große Pläne zu schmieden. Um sie völlig zu verausgaben. Eine Zeit, um die richtigen Argumente zu finden. Um die Perspektive zu wechseln. Um Mut zu beweisen. Eine Zeit, um wunschlos glücklich zu sein. Die schönste Zeit unseres Lebens. Kinderschokolade.